halli hallo hallöchen meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück bei onkel tv es klingt einfach irgendwie schöner als gamers jkp naja onkel tv so ja und zwar geht es mir darum kurzes schnelles video diesmal wirklich kurz und schnell ich bin doch gerade auf dem durchflug ich sehe noch aus ihr haare nicht gekämmt und irgendwie ich sehe aus ich bin gerade rein will bloß schnell das video raushauen und zwar geht es mir darum ich möchte heute abend 19 uhr einen stream raushauen ich weiß jetzt ist ziemlich knapp es ist schon 16 17 also jetzt gerade bei mir 16 17 das video oben ist wird es denke ich mir mal so halb dreiviertel sein keine ahnung ist ja wurscht auf jeden fall geht es darum ich möchte einen stream machen und ich möchte euch gerne entscheiden lassen was und zwar gibt es die möglichkeit die erste möglichkeit ich zocke einfach outlast 2 weiter die zweite möglichkeit ist ich zocke mit dem möller dead by daylight oder die dritte möglichkeit das spiel habe ich nämlich hier zu bekommen dass ich prey an zocke das war dann halt wieder so ein live angezockt ihr seht jetzt hier oben diesen dieses da draufklicken und da kommt ihr zu der abstimmung und da könnt ihr drauf ich werde es wie gesagt bis 18 30 ungefähr lasse ich die stimmen zählen und oder und dann weil ich muss ja noch wir müssen ja noch einrichten falls ihr euch für dead by daylight entscheidet muss ich ja auch noch den möller dann bescheid sagen er weiß bescheid aber dann muss ich dann noch alles einrichten und ja also eure entscheidung warum ich das jetzt so macht das liegt einfach daran dass ich ab morgen meine kids bei mir habt das heißt das ganze wochenende da kann ich nicht streamen oder sonst irgendwas und ab montag da habe ich wieder ein job so das heißt ich bin dann wieder und dann kann ich denke ich mir mal nicht mehr täglich oder so stream und deswegen will ich heute noch ein stream raushauen das ist eure entscheidung was kommt ich hoffe jetzt in der kurzen zeit stimmt noch jemand ab von euch und da würde ich sagen viel spaß beim abstimmen wir sehen uns dann heute abend 19 uhr bis denn peace tschüss